Diese Woche verfolgt und verhaftet im Austrofaschismus der Gerichtsakt von Marie Yahuda. Heute von der Mittelschülerin zur revolutionären Sozialistin. Es erzählt der Soziologe Andreas Kranebitter. Die Sozialpsychologin Marie Yahuda ist vor allem als Autorin der Studie Die Arbeitslosen von Marienthal bekannt, die die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise 1929 auf eine kleine österreichische Gemeinde untersuchte. Zum ersten Mal beschäftigte man sich mit den psychologischen Folgen der Arbeitslosigkeit. Neben dieser Bekannten legte Yahuda viele weitere grundlegende Studien vor, für die von Paul Lazersfeld gegründete Wirtschaftspsychologische Forschungsstelle, für Otto Neuraths Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum und für verschiedene Einrichtungen der Stadt Wien. 1937 musste Marie Yahuda ins Exil. In England und den USA war ihr eine beachtliche Laufbahn beschieden. Wenig bekannt ist jenes Kapitel ihrer Biografie, das von den Umständen handelt, unter denen sie Österreich verlassen musste, ihr politisches Engagement und ihre Haft im Austrofaschismus. Eine Gruppe von Soziologinnen und Soziologen hat nun den Gerichtsakt ausgewertet und die Hintergründe recherchiert. Marie Yahuda war schon in jungen Jahren ein politischer Mensch. Der Erste Weltkrieg habe sie politisiert, schreibt sie später. Als Neunjährige hatte sie mitbekommen, wie Friedrich Adler 1916 den Ministerpräsidenten Karl Stürker schoss und sich vor Gericht wortrecht selbst verteidigte. Nach dem Weltkrieg wuchs Yahuda in den Jugendorganisationen des Roten Wien auf. Als Obfrau der Vereinigung Sozialistischer Mittelschüler hielt sie beim Maiaufmarsch 1926 eine leidenschaftliche Rede für eine Schulreform. Der Direktor ihrer Schule beschimpfte sie als Verräterin und sanktionierte sie mit einem Gut in Betragen. Bereits als Jugendliche entwickelte sie außerordentliche organisatorische Fähigkeiten. In Ferienlagern war sie alleine für 200 Mädchen zuständig. Der sozialistische Wanderbund verewigte Mitzi, wie sie genannt wurde, und ihren Bruder Edi sogar in einem eigenen Spruch. Ja, wer kommt denn da? Ja, wer kommt denn da? Es ist die Gruppe Yahuda. Da kommen mit wuchtigem Schritt sie der Edi und die Mitzi. Politischer Aktivismus kam ihr in dieser Zeit wie selbstverständlich vor. Er war eine Kultur. In naher Zukunft, so dachte sie, sollte es möglich sein, den Sozialismus auf dem Weg über demokratische Wahlen einzuführen. Das Rote Wien sei der erste Schritt, der Rest Österreichs würde diesem Beispiel folgen. Es kam anders. Die Demokratie wurde beseitigt. Nach den Bürgerkriegsereignissen vom Februar 1934 wurden sämtliche Aktivitäten linker Organisationen mit einem Schlag illegal. In der Sozialdemokratie saß der Schock tief. Die alte Parteigeneration hielt die Illegalität für eine kurze und vorübergehende Phase. Sie passte ihre politischen Methoden nicht an die Zeiten der Illegalität an, publizierte und verbreitete weiterhin so viele Exemplare der Arbeiterzeitung wie möglich und organisierte wenig Konspirativkonferenzen, nach denen zahlreiche Mitglieder verhaftet wurden. Eine jüngere Generation von Aktivistinnen und Aktivisten ging an die Situation anders heran. Sie nannten sich revolutionäre Sozialisten, bereiteten sich auf eine lange Phase der Illegalität vor, bauten klandestine Strukturen auf und wollten subversiv in den offiziellen Gewerkschaften arbeiten. Jahoda war eine von ihnen, Teil der Gruppe der Funke, der österreichischen Version der deutschen sozialistischen Gruppe mit dem programmatischen Namen Neubeginnen. Sie wurde die linke Hand von Josef Buttinger, dem Vorsitzenden der revolutionären Sozialisten. Sie organisierte Schulungen, machte Botendienste, schrieb Protokolle und Flugblätter und brachte linke Kontrahenten zusammen. Marie Jahoda war also stark eingebunden in subversive politische Aktivitäten. Zugleich war sie Forscherin und alleinerziehende Mutter einer kleinen Tochter. Als Forscherin leitete sie 1936 die Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeiter der österreichischen Wirtschaftspsychologischen Forschungsstelle. Als Aktivistin richtete sie dort eine illegale Poststelle ein. Spätestens durch die Observation junger Kurierinnen der revolutionären Sozialisten beobachtete die Staatspolizei auch die Forschungsstelle. Am 27. November 1936 schlug die Polizei zu. Sie stürmte das Büro der Forschungsstelle in der Wächtergasse 1 im 1. Bezirk, durchsuchte Papiere und verhaftete alle Anwesenden. Das war der erste Teil über den Gerichtsakt Marie Jahoda. Es berichtete Andreas Kranebitter, Leiter des Archivs für die Geschichte der Soziologie in Österreich an der Universität Graz. Er ist Mitautor der Publikation Akteneinsicht – Marie Jahoda in Haft, herausgegeben von Johann Bacher, Waltraud Kanonier-Finster und Meinrad Ziegler, Studienverlag 2022. Diese Woche verfolgt und verhaftet im Austrofaschismus der Gerichtsakt von Marie Jahoda. Heute Verhaftung und polizeiliche Ermittlung. Es erzählt der Soziologe Andreas Kranebitter. Mitte des Jahres 1936 hatte das austrofaschistische Regime den Zenit seiner Macht zwar bereits überschritten, saß ihnen politisch aber fest im Sattel. Die linke Opposition gegen das Regime wurde von Polizei und Justiz stark in die Defensive gedrängt. Mit der Stürmung der wirtschaftspsychologischen Forschungsstelle glaubte das Regime fälschlicherweise einen Coup gegen die Zentrale der revolutionären Sozialisten gelandet zu haben. Das waren übertriebene Erwartungen. Hier liefen über illegale Postsendungen kommunikative Fäden zusammen, die Forschungsstelle war aber dennoch eine Forschungs-, keine reine Tarnorganisation. Am 27. November 1936 stellte die Staatspolizei sowohl die Forschungsstelle als auch Jahodas Wohnung auf den Kopf. Im Polizeibericht der Hausdurchsuchung steht zu lesen, dass Jahoda während der Amtshandlung sehr unruhig und nervös gewesen sei. Sie habe versucht, illegales Material, etwa Ausgaben der Arbeiterzeitung und des Informationsdienstes der revolutionären Sozialisten in ihren Unterkleidern zu verstecken, um sie im Ofen zu verbrennen. Doch seien die Papiere zu Boden gefallen. Ganz so ungeschickt konnte Jahoda allerdings nicht gewesen sein. Es gelange immerhin, den Schlüssel eines Safes mit inkriminierendem Material in einem Taschentuch zu verstecken und später in der Haftanstalt im Klo zu versenken. Insgesamt wurden bei dieser Aktion zwölf Personen verhaftet. Die meisten wurden bald freigelassen. Einige der männlichen Verhafteten auch in Anhaltehaft genommen und ins Lager Wöllersdorf gebracht. Anklage wurde letztlich nur gegen Marie Achoda und Marie Schneider erhoben. Beide nutzten in ihren Verhören die Spielräume, die ihnen geblieben waren. Die Ermittler wussten vieles, tappten aber auch oft im Dunkeln. Marie Schneider behauptete, von dem bei ihr gefundenen illegalen Material nichts zu wissen. Sie habe nur Post für einen Obdachlosen empfangen. Im Glauben, es hätte sich um Liebesbriefe gehandelt. Von diesem Obdachlosen kenne sie nur den Vornamen, Franzl. Den Nachnamen habe sie nie erfragt. Polizei wie Justiz glaubten ihr diese Verteidigung nicht, konnten aber auch das Gegenteil nicht beweisen. In den Gerichtsakten dieser Zeit finden sich zahlreiche Imaginäre Franzls, deren Nachnamen keiner der angeklagten Linken jemals erfragt haben wollte. Die Polizei setzte erhebliche Mittel bei ihrer Jagd nach den Franzls ein. In einem Polizeiprotokoll zu Josef Hindls, dessen Franzl die Polizei in einem Arbeitsamt suchte, ließ sich das so. Es wurden heute Vormittag bei genannten Amte Erhebungen dahin gepflogen, ob es möglich ist, den Mann an der Hand der Kathothek zu eruieren. Doch erklärte der betreffende Beamte, dass dies ohne den Familiennamen zu wissen, wenigstens den Anfangsbuchstaben gänzlich unmöglich ist, da dort Tausende mit dem Vornamen Franzl verzeichnet sind. Andererseits kann dies auch der Spitzname sein. Marie Jaroda gab nur zu, was ihr nachgewiesen wurde. Ich spielte die Unschuldige, schrieb sie später in ihren Erinnerungen. Sie wussten, dass ich log, ich wusste, dass sie logen. Jede Seite wusste, dass die andere Seite wusste. Aber sie brauchten ein Geständnis oder einen Beweis. Dieses Geständnis sollten die Ermittler nicht erhalten. Jaroda hielt sich durchgehend an die Devise, den Tatbestand leugnen, nicht aber die Gesinnung. Von ihrer ersten Aussage an sagte sie etwa, ich fühlte mich verpflichtet, dies zu tun, weil es meiner sozialistischen Gesinnung entsprach. Die illegalen Broschüren, die man bei ihr fand, habe sie von einem Freund bekommen, nämlich Erich. Dass dieser Erich in Wahrheit Josef Buttinger war, der Führer der revolutionären Sozialisten, gab Jaroda nie zu. Ich gebe weiters zu, sagte sie in einer der vielen Vernehmungen in der Polizeidirektion, dass Erich der Deckname meines Auftraggebers ist. Diesen zu nennen, weigere ich mich nach wie vor. Auch wenn die Angeklagten das später zuweilen selbst so schilderten, dieses Spiel war kein Spiel. Die Lächerlichkeit des Verfolgungsapparates bedeutete nicht seine Harmlosigkeit. Denn der Staat schoss mit allen Mitteln, mit Gesetzen und Verordnungen, die eine Mehrfachbestrafung ermöglichten. Die Haftzeiten summierten sich beträchtlich. Sie hörten Teil 2 einer Reihe über die Verfolgung und Verhaftung der österreichischen Sozialforscherin Marie Jahuda im Austrofaschismus. Diese Woche verfolgt und verhaftet im Austrofaschismus. Der Gerichtsakt von Marie Jahuda. Heute die Instrumente der Mehrfachbestrafung. Es erzählt der Soziologe Andreas Kranebitter. Polizei und Justiz hatten im Dolfus-Schuschnigg-Regime zahlreiche Mittel in der Hand, um gegen die politische Opposition vorzugehen. Oft unter dem Vorwand eingeführt, dem NS-Terror zu begegnen, waren linke Oppositionelle ihre ersten Opfer. Die Polizei konnte Verwaltungsübertretungen mit einem Polizeistrafrecht ahnden, in dem Geld und Arreststrafen um das Zigfache erhöht worden waren. Vom Besitz verbotener Schallplatten und dem Singen der Internationale bis zur Betätigung für die verbotenen Parteien. Die Polizei konnte unabhängig von gerichtlichen Verfahren auch Anhaltehaft verhängen, die für Männer, so gut wie immer im Anhaltelager Wöllersdorf, für die Frauen im Polizeigefangenenhaus an der Elisabeth-Promenade vollstreckt wurde, im Volksmund Liesl genannt. Die Justiz hatte zahlreiche strafrechtliche Verschärfungen bewirkt. Die Staatsanwaltschaften waren angehalten, schärfer anzuklagen, die Richter das Strafmaß auszuschöpfen. Die Todesstrafe wurde für bestimmte Delikte wieder eingeführt. Ein besonders bedeutsames Gesetz, das im Fall Jaho das Anwendung fand, war das Staatsschutzgesetz vom Juli 1936. Demnach konnte bei besonderer Gefährlichkeit mit schwerem Kerker bis zu zehn Jahren bestraft werden, wer staatsfeindliche Verbindungen gründete. Deren Zweck es wäre, auf ungesetzliche Weise die Selbstständigkeit, die verfassungsmäßig festgestellte Staats- oder Regierungsform oder verfassungsmäßige Einrichtungen Österreichs zu erschüttern, so der Gesetzestext. Aber auch das seit 1852 gültige österreichische Strafgesetz kannte viele Paragrafen, die politische Tätigkeiten unter Strafe stellten. Die Justiz reaktivierte viele Gummiparagrafen dieses Strafgesetzes, so etwa jene für Vergehen der Herabwürdigung der Verfügung der Behörden und Aufwiegelung gegen Staats- oder Gemeindebehörden oder die Verbreitung falscher beunruhigender Gerüchte oder Vorhersagungen. Im Falle Yahudas stand auch eine Anklage wegen Hochverrats im Raum, die eine Strafe von mindestens zehn Jahren bedeutet hätte. Yahudas und ihre Mitverhafteten bekamen die verschiedenen Instrumente der Verfolgung empfindlich zu spüren. Sie wurden mehrfach bestraft. Zwei Wochen nach ihrer Verhaftung wurden Anhaltebescheide ausgestellt, die Verhafteten aber auch wegen ihrer Verwaltungsübertretungen mit Polizeiarrest bestraft und Anzeige bei Gericht erstattet. Polizei und Justiz waren kommunizierende Gefäße. Relativ offen verhandelten sie untereinander das Schicksal der Verhafteten. Der Staatsanwalt schrieb dem Untersuchungsrichter etwa, dass man einem Enthaftungsgesuch auf keinen Fall zustimmen werde. Sollten aber gegen Dr. Mari Jahudas Feld und Mari Schneider von der Polizei Verwaltungsstrafen verhängt worden sein, was festzustellen wäre, wird gegen die Überstellung der beiden keine Einwendung erhoben. Die Organe der Diktatur wollten die Täterinnen unabhängig von der Tat wegsperren und das mit allen Mitteln. Geahndet wurde nicht ein konkretes Delikt. Die Täterin selbst und ihre grundsätzliche Gefährlichkeit standen im Zentrum der Betrachtung. In anderen Worten, die Haft der Diktatur war eine Präventivhaft gegen vermutliche Feinde. Im Gerichtsverfahren wurden Mari Jahuda, die die Staatsanwaltschaft als besonders gefährlich bezeichnete, und Mari Schneider am 2. Juli 1937 mit drei bzw. zwei Monaten Kerker bestraft. Durch die Untersuchungshaft galten die Strafen als verbüßt. Das war allerdings nicht gleichbedeutend mit der Freilassung. Die Polizeistrafe hätte Jahudas Inhaftierung noch weit über das Gerichtsurteil hinaus möglich gemacht. Dass sie im Juli 1937 dennoch aus jeder Haft entlassen wurde, hatte mit den internationalen Protesten aus Frankreich, der Schweiz und England zu tun, nicht mit dem regulären Ablauf der Strafen. Das Schuschnig-Regime entschied sich sozusagen für eine österreichische Lösung. Eine Freilassung Jahudas, die mit ihrer Ausbürgerung einherging. Diese Logik interpretierte Mari Jahuda in einem Interview so. Wir lassen sie gehen, aber schmeißen sie aus Österreich hinaus. Der Gerichtsakt von Marie Jahuda, dritter Teil einer Reihe über die Verfolgung und Verhaftung der bekannten Sozialforscherin im Austrofaschismus. Diese Woche verfolgt und verhaftet im Austrofaschismus. Der Gerichtsakt von Marie Jahuda. Heute Freilassung und Ausweisung aus Österreich. Es erzählt der Soziologe Andreas Kranebitter. Kurt Schuschnig war persönlich mehrfach auf den Fall Jahuda angesprochen worden. Zahlreiche bekannte Wissenschaftler und Politiker hatten zu ihren Gunsten interveniert. Der Philosoph Max Horkheimer, mit dem Jahuda später zusammenarbeitete, der katholische Universitätsprofessor Johannes Messner oder auch der französische sozialistische Ministerpräsident Leon Blum. Jahudas Freilassung war mit dem Entzug der Staatsbürgerschaft unter Auflage verbunden, das Land als Staatenlose zu verlassen. Jahuda hat den Polizeiverhörn und vor Gericht viele Informationen erfolgreich zurückgehalten und die revolutionären Sozialisten damit vor weiteren Verhaftungen bewahrt. Sie hatte ihre Forschung hinter ihr politisches Engagement gestellt, die psychischen Strabazen der Haft ertragen, Freundinnen und Freunde geschützt. Der Preis dafür war ihre Vertreibung aus Österreich, der ihr paradoxerweise das Überleben des Holocaust ermöglichen sollte. Als Jüdin und Sozialistin hätte sie den Nationalsozialismus wohl kaum überlebt. Der Antisemitismus hatte auch in ihrem Fall eine große Bedeutung. In den Polizeiberichten wird die mosaische Konfession der meisten Verhafteten betont. Die mediale Berichterstattung strotzte vor antisemitischen Stereotypen. Ernst Dichter, einer von Jahudas Mitverhafteten, war auch in der jüdischen Berufs- und Erziehungsberatung tätig. Das Wiener Montagblatt berichtete darüber im Dezember 1936 wenig zweideutig, da ergeben sich also recht niedliche Beziehungen zwischen den politischen Wühlmäusen und dem jüdisch-kulturellen Elternklub. Das muss aber wohl so sein. Während der Kreuzverhöre war jahr- oder wochenlang in Einzelhaft untergebracht. Gedichte boten ihr in dieser Zeit Zerstreuung. In diesem Zusammenhang schrieb sie das folgende Gedicht. Weil wir im christlichen Ständestaat leben, weil uns Faschisten die Bruderhand geben, weil wir den Kampf um die Freiheit nicht lassen, weil wir uns haben erwischen lassen, weil wir politisch gearbeitet haben, weil wir dabei nicht gut Obacht gaben, sitzen wir hier im Gefangenenhaus, wissen nicht, wann wir wieder zu Hause. Das ist das Lied von der Rosauerlände, wo uns die Tage zu langsam vergehen. Halten im Schoß jetzt die müßigen Hände, bis wir wieder bei euch draußen stehen. Jahoda erinnerte sich auch später an Anfeindungen im Strafvollzug, als Jüdin und als Frau. In ihren persönlichen Interaktionen hat ihre standhafte Verteidigung aber auch manchen Staatspolizisten zu Respektsbezeugungen provoziert. Einer von ihnen sagte bei ihrer Freilassung, wir alle haben sie für ihre Standfestigkeit bei den Verhören bewundert und streckte ihr die Hand zum Abschied aus, während sie den Verlust der Staatsbürgerschaft unterschreiben musste. Die Szene blieb Jahoda im Gedächtnis. Sie ärgerte sich lange darüber, die Hand ergriffen zu haben. Maria Jahoda blieben wenige Wochen, um ihre Ausreise zu regeln. Mit einer wagen Einladung ausgestattet, flüchtete sie nach England. Ihre Tochter Lotte musste sie nach New York zu ihrem Vater Paul Latzersfeld schicken. Jahoda ging als Wissenschaftlerin und als politische Aktivistin ins Exil. Die österreichische Diktatur ließ sie weiterhin nicht aus den Augen. Das Bundeskanzleramt ordnete seiner Vertretung in London an, die Gesandtschaft wird eingeladen, der Tätigkeit vor Dr. Latzersfeld in London ein besonderes Augenmerk zuzuwenden und über allfällige Wahrnehmungen anher zu berichten. In Großbritannien beteiligte sich Jahoda an der Flüchtlingshilfsorganisation Austrian Self-Help, forschte in Wales zu arbeitslosen Arbeitern und interviewte in England 14-jährige Fabrikarbeiterinnen. Nach Kriegsbeginn war sie Redakteurin im Radio Rotes Wien, das in insgesamt 62 Sendungen, Nachrichten und subversive Propagandabotschaften nach NS-Deutschland sendete. Achtung, Achtung, hier Radio Rotes Wien, der Sender der österreichischen Sozialisten. Sobald das Zivilisten erlaubt war, fuhr Jahoda nach Kriegsende 1945 in die USA, um ihre Tochter Lotte wiederzusehen. Dort arbeitete sie bald an den Projekten der kritischen Theoretiker und Max Horkheimer mit und forschte nun zu Vorurteilen, Antisemitismus und autoritären Einstellungen in den USA. Nach Beginn des Kalten Krieges untersuchte sie die Auswirkungen der Kommunistenjagd Joseph McCarthys auf die wissenschaftliche Gemeinschaft. Ihre eigenen Erfahrungen in der austrofaschistischen Haft bildeten die Hintergrundfolie all dieser Forschungen. Verfolgung und Vertreibung hatten auf verschiedene Art lange Folgen. Sie hörten den vierten Teil der Reihe Der Gerichtsakt von Marie Jahoda. Diese Woche verfolgt und verhaftet im Austrofaschismus Der Gerichtsakt von Marie Jahoda. Heute lange Folgen von Repression und Willkür. Es erzählt der Soziologe Andreas Kranebitter. Marie Jahoda wäre nach dem Krieg gerne nach Österreich zurückgekommen. Auf wissenschaftlicher Ebene hatte sie keine Chance. Die österreichischen Universitäten verhinderten eine Rückkehr der Vertriebenen aktiv und passiv. Aber auch als politische Aktivistin sollte ihr die Rückkehr nicht gelingen, wie ein Blick in ihre Korrespondenz mit Freunden zeigt. Einem dieser Freunde, Walter Hacker, schilderte sie all die Probleme einer möglichen Rückkehr nach Österreich. Das Aufgeben der wissenschaftlichen Karriere, erhebliche Probleme mit der Staatsbürgerschaft, die erneute Trennung von ihrer Tochter Lotte. Dennoch schrieb sie in den Disputen mit Hacker, Trotz alledem will ich gehen, zum Teil, weil ich Amerika unerträglich finde, zum Teil, weil ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben habe, etwas Sinnvolles zu tun. Wenn du mir helfen könntest, herauszufinden, was ich tun könnte, anstatt mich anzuschreien, wäre das ein besseres Vorgehen. Es sollte nicht dazu kommen. Jahoda ging stattdessen nach England zurück. Die Erfahrungen von Verfolgung und Vertreibung wirken über Generationen. Mariahodas Tochter Lotte Bailin, heute selbst 92 Jahre alt, erinnert sich an den Schock, den die Verhaftung ihrer Mutter auslöste. Als Siebenjährige zog sie zu ihrem Vater Paul Lazersfeld in die USA, den sie nur schlecht kannte. Ihre Mutter sah sie erst acht Jahre später wieder. Im Epilog zum Buch Akteneinsicht schreibt Bailin, Österreich tat sich lange Zeit schwer mit der Rehabilitierung der Opfer. Das trifft auch auf finanzielle Entschädigungen im Rahmen der sogenannten Opferfürsorge zu. Friedrich Otto Keller, einer von Jahodas Mitverhafteten, ist ein Beispiel dafür. Gegen ihn wurde das gerichtliche Verfahren zwar eingestellt, er war aber dennoch ohne Urteil sechs Monate in Anhaltehaft, Polizeiarrest und Untersuchungshaft genommen worden. Von den Behörden wurden die polizeilichen Strafen aber nur lückenhaft dokumentiert. Nach dem Novemberpogrom 1938 flog Keller über mehrere Stationen nach England und wurde britischer Staatsbürger. Als solcher konnte er erst 1954 einen Antrag auf Anerkennung nach dem Opferfürsorgegesetz stellen. Die Behörden rechneten ihm allerdings nicht alle angegebenen Haftzeiten als entschädigungswürdig an. Schließlich seien manche von ihnen, so lautete der Bescheid, nicht zweifelsfrei nachgewiesen bzw. überhaupt nicht erwiesen. Die Undurchsichtigkeit der verschiedenen Formen austrofaschistischer Haft warf man in der Zweiten Republik den Opfern selbst vor. Als die Behörde in den 1960er Jahren einmal mehr Nachweise verlangte, unter anderem zur Frage, ob er seine Stellung damals denn nun aus politischen oder rassischen Gründen verloren habe, riss Keller der Geduldsfaden. In einem langen Brief beklagt er den Mangel an gutem Willen und schreibt weiter, Wiedergutmachung besteht nämlich nicht darin, dass man dem Bewerber eine Geldsumme anweist, wie man etwa einem Bettler zehn Groschen in den Hut wirft. Wiedergutmachung ist vielmehr eine Sache des Herzens und des Geistes, des Denkens und des Tuns. Das ist dort amts offenbar noch nicht erkannt, denn anders wäre ihr Verhalten unverständlich. Keller, der in den Akten weiter als alter und schwieriger Mann bezeichnet wird, sollte 1963 endlich die ihm zuständige Entschädigung aus dem Opferfürsorgegesetz erhalten. Jahoda und andere hatten nie Anträge gestellt. Vermutlich, um sich nicht amtsbehandeln zu lassen. Eine Rehabilitierung im rechtlichen Sinne sollten sie alle nicht mehr erleben. Maria Jahoda starb im April 2001. Erst 2011 wurde die Rehabilitierung der Opfer des Regimes gesetzlich beschlossen, als Aufhebung strafrechtlicher Urteile und verwaltungsbehördlicher Bescheide. Zwar wurden damit die gerichtlich Verurteilten und polizeilich Angehaltenen, nicht aber die polizeilich Abgestraften rehabilitiert und die Dreifachbestrafung damit einmal mehr ignoriert. Mehr als 80 Jahre nach den Ereignissen sind die Opfer also immer noch nur für einen Teil ihrer Strafen rehabilitiert worden. Das war der fünfte und letzte Teil der Reihe Verfolgt und verhaftet im Austrofaschismus, der Gerichtsakt von Maria Jahoda. Es berichtete Andreas Kranebitter, Leiter des Archivs für die Geschichte der Soziologie in Österreich, an der Universität Graz. Akteneinsicht Maria Jahoda in Haft, herausgegeben von Johann Bacher, Waltraud Kanonier-Finster und Meinrad Ziegler, ist 2022 im Studienverlag erschienen. Gestaltung Isabel Engels, Redaktion Robert Weichinger. Soulianos Video. verschmacken Untertitelung des ZDF, 2020